Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich zeige euch jetzt die 5 Möglichkeiten, wie man den Tag starten kann. Das wäre die erste Möglichkeit. Glückwunsch! Ich réunige, ich liebe, ich liebe, ich liebe euchigao, ich liebe euch수! Boah, f*** mein Leben, Mann. Oh shit, wieder die Sport! Fuck! Scheiße, 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 scheiße. Wo bist du? Schuhe! Und scheiße auf Schuhe, Mann. Scheiße, scheiße, ich kann alles mitnehmen. Was für eine Nacht. Langsam Zeit zum Schlafen. Das ist Leben, Mann. Schreibt in die Kommentare, wie ihr am Morgen aufsteht.